Fußball Franks ab 14.01.2011 Selmk Kenzi Seltsank Kenzi Autor de Seltsank Kenzi Franks Ligur i die Prognose für den kommenden Spieltag. Selmk Kenzi ein getracktene Marke Selvave ein getracktene Marke Batting Trader ein getracktene Marke Seltsank Kenzi ein getracktene Marke. 1. AC Ales Habiglon 2 Schrägstrich Niederlage als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden. 2. AJ Auxera 0 Schrägstrich Unentschieden als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden. 3. Girondins Bordow 0 Schrägstrich Unentschieden als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden. 4. Stade Brest 0 Schrägstrich Unentschieden als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden. 15. SNK 2 Schrägstrich Niederlage als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden. 6. Erzählens 0 Schrägstrich Unentschieden als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden. 7. Teile der OSC 0 Schrägstrich Unentschieden als Endresultat. Und als Halbzeitresultat 0 Schrägstrich Unentschieden. 8. FC Lurient 2 Schrägstrich Niederlage als Endresultat. und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 9. Olympique Villon 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg 10. Olympique Marseille 0-unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 11. AS Monaco 0-unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 12. HSC Montpellier 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 13. AS Nense 0-unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 14. OGC Nice 0-unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 15. Paris St. Gema 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 16. Stade Rennes 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 17. FC Soka Ux 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 18. AS Sankt. Etien 0-unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden 19. Stolose FC 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage 20. Wallen-Kiennes FC 0-unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-unentschieden Mutzung 15. Sgl alta pidútmet refrain alBin Paris Hubs 3-Niederlage beAHMAN elt 20. 보냉-Tahun West C 민negatresultat 0-unentschieden Wim Kayㅠㅠ Pag. las Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020